Wir werden dieses Jahr mehr machen, und zwar das nächste, was auf der Agenda steht, ist E-Mod. Die gucken uns auf jeden Fall das mal kurz an, komm mit. Wir sind hier auf der E-Mod in München 2018. Die ist schon kernig, ne? Leco mio. Formel Jens Cook auf der Goldbring. Wie ein Arscher. Wie ist der denn Arscher, der sagt da. Zu der Aprilia RX 125. Das ist halt auch mal ne Ansage. Wir gehen jetzt einfach mal ne Runde. Los geht's. Für die Leute. Ihr müsst nen Bock auf Mats haben. Wir wussten, wir werden hier eingeladen, wir können MotoGP gucken, aber dass wir in der Box stehen während des Rennen. No fucking way. Dieses Highlight bleibt für uns alleine schon. Hier steht's auf Monkey. Die ist so weich. So weich. Wir sind auch Amateure hier, ne? Genau. Ich bin der einzige Profi. So, wir sind angekommen in Leipzig. Hier ist ein Video. Hier ist ein Foto. Lass uns einfach mal so 20 Minuten über Dünn vertreten. Genau, liken, teilen. Wie gesagt, top, aber Jens, guck vorbei. Support ist kein Mord. Young Rider Unlimited und... Schönes Wochenende. Haut rein. Bleibt da geil. Aber es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Bis dahin. Wir schauen unsям, was zurücks nach. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020